Und G.R.D. noch drüber. Wähler Krepp, in einer kleinen Zeit 9 zu 9. Clemens Sopras, drüber! Die beiden mit der Läden. Leckram, DC! Er bleibt hängen. Technische Auszeit für Österreich! Und wer sich jetzt am Big Screen entdeckt, darf sich zum Rhythmus bewegen. Denn wer die Sonne vermisst, hat noch viel Regen getanzt. Unsere Dancer. Und jetzt brav den Job weitermachen. Zurück zum Center Core America. Zurück zum Center Core America. Zurück zum Center Core America. Da sind sie! Da sind die Big Boys! Ich bin auf die Linie aller Knacken. 11 zu 2. Ich bin auf die Linie aller Knacken. 11 zu 2. Ich bin auf die Linie aller Knacken. Beide Teams probieren es mit Überraschung. 13 zu 1. Und der Leister ist bei der Kass. Go! Ja! 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 12 zu 14. Aber das Spielmomentum auf der Seite von Alex und Clemens. Der Bass 13 zu 14. Und dann, siehst du ja. Ja, auf die Linie aller Anleitung. In der Strijdorf. In der Strijdorf. In der Strijdorf. 15, 13, wir wechseln die Seiten für plus zwei. Jemandem Jungs, auf geht's. 14, 15, abzug alle Kost. 15, 16, erster Satz. Das sind die ganz nahmen Dinge, wenn die auf den... Zulässig, zulässig, dieser Weißteel. 18, 16, in the air, put your hands up, in the air, put your hands up, in the air. 18, 16, in the air, put your hands up, in the air, put your hands up, in the air. Alle Kost, 19, 17. 18, 16, in the air, put your hands up. 21, 26, 26, 27, 28. Oh, wieder Applaus dran! 18, 20, 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 1. 3. 3. 2. 3. 5. Dann aktivieren wir noch mal unsere Dancecam, schauen was euch zu diesen Klängen einfällt. Das letzte Spiel an diesem Donnerstag, bevor es an die Huber und Rob Steigl hier gegen den Brasilien-Spiel sehen wir jetzt Satz Nummer 2 zwischen Amerika und Österreich. Zurück auf kurz die Krabbrothers und zurück auf kurz Clemens Doppler und Alex Horst. Fast, get up! Alex Horst! 1 zu 2! Volles Risiko! Da geht's auch wieder raus! 1 zu 3! Volles Risiko! 1 zu 3! Volles Risiko! 1 zu 3! 1 zu 3! 1 zu 3! 1 zu 3! 2 zu 3! 2 zu 3! Merner Handel. 2 zu 3! 3 zu 3! 3 zu 3! 1, 2, 3 1, 2, 3, 3, 3, 3, 2, 3, Hier zu vier. Und der rollt sich zum Ast. 5 zu 4. 5, 4, 3, 4, 3, 2, 1, das war es so. Schickt sie sich jetzt auf beiden Seiten. 6 zu 5. 7 zu 5. Plus 2 Amerika. Wo sind die Fans von Clemens Doppler und Alexander Horst? Hier ist Clemens Doppler. Rollen Shots. Fade up track. Side play. Mit der Wickel 19.000 Anfeuerungsapplaus für Glemmensopptor und Alex Horst. Als hätte das gesehen Alex Horst, bleibt sicher stehen. Was für ein Ding davor von Alex Horst und auch die Crabbrothers. Die Crabbrothers im Vollgas. Zehn zu sieben. Auf geht's. Anfangs und aus für Glemmens und Alex. Die brauchen euch. Anfangs und aus für Glemmensopptor und Alex Horst. 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 Dach in zweiter und für Letzterklub. 9 zu 12. In der zweiten Halbzeit der zweiten Satz ist sie auf Feuerkölz bereit. Hier rufen die Steyr-Dancers, vielleicht tanzen sie uns die Lösung. Die Steyr-Dancers. Und jetzt wissen wir, Energie bündeln, volle Kraft voraus. Holen wir die Jungs zurück auf das Bett. Aufmerksamkeit für die Kraft-Brothers. Und aufmerksamkeit für Clemens Zoppler und Alexander Horst. Elisa Clemens Zoppler. 13 zu 10. Ganz knapp. aux Así. Auch da probiert man die Hände zu geben. Arm. 4. Sick. Der Motivationsapplaus für Clemens und Alex, aufgetaucht, aufgetaucht, aufgetaucht! Aus Zeit, Österreich. Einmal noch Tuchatmen. Und dass ich auch beachtlich bin für alle Pokémon GO-Spieler unter euch, die werden glauben, das sind hier Picachos am Settercourt. Nein! Da sind, egal ob Sonne, Wind oder Regen, unsere Ballkits, die da seit vielen Tagen wunderbare Arbeit leisten. Und die neue Regel sieht dann vor, dass sie dem Spieler den Ball übergeben müssen. Wenn wir jetzt noch hinrennen, dürfen sie immer werfen, weil manche Spieler das genutzt haben und nicht heiß zu verstreifen, verstreifen zu lassen und den Fallen lassen haben. Jetzt gehen sie den Ball von unseren Kindern übergeben und das sind viele, viele Kilometer, die sie da abspulen. An der Stelle einmal einen kräftigen Zwischenapplaus für unsere Ballkits. und jetzt sind wir zurück im Spiel. im Spiel. Im Spiel. In der Linie, auf das Jahr. Und nach das Jahr. Na na na, na 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 na. Leo in Sopter Komit Lieder. Sie spielt auch technisch perfekt im Side-Out, die Crane Brothers, 6 und 11. Alle Kunst, Side-Switch, Aurelis of the Swatch, Major Series, nur heißt Side-Swatch. Side-Switch, Aurelis of the Swatch, Aurelis of the Swatch. Siegt die Zwei. Siegt die Zwei. Richtung Mitte. 18-12. Hier läuft's, hier läuft's the Crane Brothers. 19-12. Handvoll und Applaus für Clemensoff und Alex Horst! Jeder Punkt steht! Eben auf dieser! Erster Satz bei USA! So wird man eine Satzverlache! 14.20! Immer weiter, immer weiter, immer weiter! Boah! Gibt den Ball in der letzten Sekunde auf die Linie. Satz, Ausgleich! Zwischen Clemensoffler, Alex Horst, Strader, Cramp und Dela Cramp Wir sehen erneut eine Entscheidung im Klinken und da wo es laut ist, da wo es wirklich laut ist, bring die Gullis hin! Hier ist die Herrlois T-Shirt-Schleuder! Muster Kramp Versteckung Rundgang Dritter Satz. Entscheidungssatz auf nur 15 Punkte! Wer soll dieses Spiel hier gewinnen? Wo sind die Fans der Amerikaner? Die Fans der Österreicher! Letztens. Trevor Kremperlfletz, 1-0. Auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's! Push it! 5! 3! Perfekt! Clemens Topclass! Ich wollte dir nur nochustoien sagen Dass du das größte für mich bist Genau zwischendurch und trotzdem ist alles auch sehr viel dran. 2 zu 1. 2 zu 2. 3 zu 2. 3 zu 1. 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 4 zu 1. 4 zu 4. 7-1 Stoffler 5 zu 4, that's the way! 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 8-1 Stoffler 5 zu 5, 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 that's the way! 9-1 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 Stoffler 5 zu 5, that's the way! 10-1 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 Stoffler 5 zu 5, that's the way! Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.